moin und willkommen zurück auf meinem kanal und natürlich auch willkommen an alle die jetzt neu hier sind ich bin hermann und schön dass ihr eingeschaltet habt wir sind hier immer noch an dem alten vermeintlichen brunft platz der dammhürsche und im einsatz habe ich auch immer noch die issiger ig 220 die ich unter allen einsendern verlosen möchte ein sendeschluss ist heute 24 uhr also wer noch schnell daran teilnehmen möchte schreibt gerne einen kommentar unten drunter mit dem hashtag i g2 20 da haben wir dann auch schon zwei stattliche hirsche der eine taucht gerade im hintergrund auf der vordere hier und auch gleich der nächste scheuern ihren kopf an den bäumen besser gesagt an den zweigen dadurch scheiden sie drüsen sekret aus was aus der voraugen drüse herrührt und dadurch markieren sie ihren brunft platz brunft plätze werden auch zusätzlich durch andere sekrete und sehr stark durch urin gekennzeichnet vor allem die brunft kuhle das weibliche dammwild sucht die brunft plätze in kleinen gruppen auf und kann sie auch ungehindert wieder verlassen beim rotwild ist es nicht so dort verhindert der hirsch dass da die weiblichen stücke diese plätze verlassen die brunftigen weiblichen tiere bleiben ungefähr zwei bis vier tage an den brunft platz um sich dort beschlagen zu lassen függen 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 in dem vorangegangenen video hatte ich ja schon was erwähnt von traditionellen brunft plätzen also in alten dammwild revieren konnte man nachweisen dass es brunft plätze gibt die seit über fünf jahren benutzt werden auf diesen brunft plätzen schlagen die hirsche sogenannte brunft kohlen die weit über zwei meter am durchmesser sein können das territorium dieser brunft plätze kann schwanken zwischen 100 bis zu über 10.000 quadratmetern ein d d Vielen Dank. 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 An diesem Platz habe ich gerade die Garde Pro E9 und mal sehen, was sie uns in nächster Zeit noch so alles zeigt. Ich hoffe, sie bringt uns noch mehr Einblicke in die Brunft des Dammwildes. Das soll es denn auch für heute wieder gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.